... und die Möglichkeit, auf dem Schießen von Atomino an den Fremdschluss an Stacala zu unterliegen. Danach Abwehr-Ski an der Wasserfahr, Live-Musik von Trio Mayons, die wir gleich hier hören werden, und, was wir den besten trinken aus dem BMW 5er Gran Turismo, dieses elegante Fahrzeug mit dem großartigen Sitzkomfort. Die Volle hier bei BMW in der Halle L. Und ein schöner Anbau. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020